Herzlich Willkommen im Land Niederösterreich. Genießen Sie unsere Vielzahl an Weinen und unser kulturelles Angebot. Niederösterreich ist eine der vielfältigsten Weinregionen in Österreich. Die Weinstraße Niederösterreich zieht sich eigentlich quer durch alle Weinbauregionen und verbindet somit die unterschiedlichsten Kulturen, auch die Weingüter, natürlich die Weinstile. Mit 830 Kilometern Länge ist da doch einiges zu sehen und zu finden. Im Frühling laden ja die unterschiedlichsten Weinregionen zu den Verkostungen der neuen Jahrgänge. Alles geführt unter dem großen Wort Weinfrühling. Das sind die unterschiedlichsten Veranstaltungen vom Kammtal, Wachau. Wir haben in Göttelsbrunnen, Göttelsbrunnen, Jungweinschnuppern. Der Urlaub beim Winzer am Weingut ist in den letzten Jahren immer populärer geworden. Die Leute wurden einfach weg von diesen standardisierten Tourismusangeboten und ein einzigartiges Erlebnis im Urlaub erfahren. Niederösterreich verfügt über ein reiches Kulturerbe. Angefangen von den beeindruckenden römischen Ausgrabungen Karnuntum, über Burgen und Klöster der Babenberger bis hin zu den Prachtbauten der Habsburger. Sowie die wertvollen Barock-Ensembles wie die Stifte in Melk, Kloster Neuburg und Göttweig. Neben diesem prächtigen Kulturerbe wird in Österreich ständig immer wieder auch Neues geschaffen. Besuchen Sie die großen Ausstellungshäuser wie die Kunsthalle Krems, das Karikaturmuseum oder das Nitschmuseum. Daneben ist Niederösterreich nicht nur ein Land zahlreicher Theaterfestspiele, sondern auch vieler Musikfestivals. Beim Grafeneck-Festival erwarten Sie internationale Spitzenorchester in der einzigartigen Kulisse des Schlossareals Grafeneck. Und fast genauso wichtig wie die Musik ist ein gutes Glas Wein. Niederösterreich ist ein Land für Genießer. Und da gehören Kultur, Natur, Wein und Kulinarik einfach zusammen. Ich freue mich auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020